Mein Name ist Heimer Ulrich, ich arbeite bei Morntag, das ist ein Beratungsunternehmen und auch eine Agentur in der Schweiz bei Bern. Ich zeige einfach, dass Technologie nicht alles ist, dass sehr viel auch Herzenssache ist, Sache der Firmenkultur und Sache der Zusammenarbeit. Nein, das ist, ich weiss gar nicht der wievielte, ich war einfach immer dabei seit dem ersten Print Day. Das ist der Charme, wie wir sagen in der Schweiz, dass man sich wirklich trifft, man kennt sich, es ist eine Community.